Die Transporte stoppen! Jetzt auf Bord! Die Transporte stoppen! Jetzt auf Bord! Auf Kosten der Tiere! Auf Kosten der Tiere! Auf Kosten der Tiere! Auf Kosten der Tiere! Hier kommt vor der Sockel! Jetzt sofort! Hier kommt vor der Sockel! Jetzt sofort! Hier kommt vor der Sockel! Laut einigen Angaben 6.000 bis 8.000 Tiere jährlich! Das bedeutet in dieser Zeit mehr als 72.000 Tiere nur von Aurich aus! Da stellt sich die Frage zwangsläufig, warum es in dieser Zeit keine nennenswerten Veränderungen der Milkleistung zum Beispiel in Marokko gibt. Die Antwort darauf kann man sich selber geben. Die Tiere werden vor Ort nach kurzer Zeit betäubungslos getötet, sprich geschächtet. Die aktuellen Abfertigungszahlen des Landkreises Aurich zeigen deutlich, dass das Geschäft gut läuft und die Transporte munder weiter gehen. In Abstimmung mit dem Ministerium für Landwirtschaft in Niedersachsen. 2022 wurden insgesamt 72 Lkw nach Marokko, 9 nach Ägypten und 10 nach Nordirland und Großbritannien abgefertigt. 2023 waren es im ersten Quartal bereits 25 Lkw nach Marokko. Zahlen, die erschreckt! Kein Friedhof, kein Grabstein, kein Name! 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 Stunde Null! Mit Tierliebe und Wahrnehmung der Verantwortung als Züchter, wie es immer beschrieben wird, für seine Tiere hat das, was da passiert, nichts zu tun. Applaus Dieser Tierhandel wird von Geldgier getrieben, schließt bewusste, vorsätzliche Tierquälerei ein. Dabei ist es völlig egal, ob es Holstein, Fleckvieh, Braunvieh oder Fleischbrinde als Zieselstrazwarzen durchlaufen müssen. Sie sind ohne Zugeständnisse abzulehnen. Applaus Und wer glaubt, dass durch die Milcherzeugung Nordafrika aufgebaut wird, der lügt sich selbst in die Tasche und lügt die Gesellschaft an. Applaus Seit mehr als 40 Jahren werden jährlich tausende hochtragende Kühe in Drittländer exportiert, ohne dass nachweislich nennenswerte Veränderungen vor Ort zu identifizieren sind. Diese schon beim Rechtfertigungsgrund gibt es einfach nicht. Applaus Die tierärztliche Versorgung, der Landhandel, die Milchkontrolle, die Zuchtorganisation, Berater, Forschungsanstalten, Datenerfassung und Auswertung gibt es in diesen Ländern schlichtweg nicht. Erst ein solches perfides System, wie wir es in Deutschland haben, ermöglicht es ja erst die Kühe bis zum bitteren Ende auszubeugen. Applaus Es geht also nur darum, den einheimischen Tierüberschuss bestmöglichst zu vermarkten und gleichzeitig den deutschen Markt zu entlasten. Hohe Hitzeempfindlichkeit, Krankheiten, hohe Sterblichkeitsgrade und geringe Fruchtbarkeit verhindern eine Nachzone. Und das weiß jeder, sodass diese gequälten Kreaturen vor Ort auf bestialische Art am Ende niedergemetzelt werden. Applaus Doch das interessiert die deutschen Zuchtorganisationen einen Scheißdreck. Und Viehexperteure können sich ins Fäust hinlachen, da sie das Geld, wenn die Transporte weg sind, schon bereits im Sack haben und die Folgetransporte, damit der Rubel weiter läuft, schon weiterhin organisiert haben. Applaus Die Amtstierärzte des Landkreises Aurich vergessen hierbei, dass die Berufsordnung der Tierärzte und ihr Amtseid auf die demokratische Grundordnung mit seinen Rechtsvorschriften keine Beihilfe zur Tierquälerei vorsieht. Applaus Und die Kreispolitiker, die eine Aufgabe haben, die Verwaltung zu kontrollieren, deckeln durch die Mehrheit der Befürworter dieses Vorgehen. Diese Kreistagsmitglieder sollten sich die Ecke stellen, schämen und Abbitte leisten. Applaus Während die Benachteiligung, Erniedrigung, Entwürdigung von Menschen, von der Gesellschaft überwiegend geächtet ist, wird die Benachteiligung und Erniedrigung von anderen Lebewesen, die durch das menschliche, rücksichtslose Verhalten leiden, getötet und werden hingenommen. Dieses Denken und Handeln ist fest in unserer Kultur und somit im Verwaltungshandeln des Veterinäramtes des Landkreises Aurich konditioniert. Und hat unter Beteiligung der Politik und der industriellen Tierhaltung dazu geführt, dass die Bedürfnisse anderer Tiere, Lebewesen ignoriert werden und die eigenen wirtschaftlichen Interessen höher bewertet werden als die Erfordernisse und Bedürfnisse der Tiere. Das wollen wir nicht alle. Applaus Hiermit kann man seitens der Verwaltung natürlich sein eigenes, rücksichtsloses Verhalten gegenüber anderen Lebewesen, auch deren Tötung rechtfertigen, insbesondere sich selbst gegenüber rechtfertigen. Aber, liebe Freunde, zum Abschluss, jedes Produkt, das wir kaufen und Milch in den unterschiedlichsten Verarbeitungsformen enthält, trägt dazu bei, dieses perwerte System, das der organisierten Kriminalität nahe kommt, zu stützen. Ich rufe euch zu, ändern wir das endlich. Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt. Ja, warum sind wir heute hier? Wir sind heute hier, weil wir ein Ende grausamer Tiertransporte fordern. Aurich ist einer der Hauptsommelpunkte für Tiertransporte in sogenannte Drittländer. Wir akzeptieren nicht, dass aus der EU jedes Jahr 4,5 Millionen Rinder, Schweine und Schafe in außereuropäische Länder, in sogenannte Drittländer, exportiert werden. Tage, oft sogar Wochen lang, werden die Tiere auf LKWs und oftmals auch auf Schiffen transportiert. Sie werden in Länder verbrachtet, in denen Tierschutz keine Rolle spielt. Deutschland ist einer der Hauptexporteure von angeblich zu Zuchtzwecken exportierten Rinder in Länder außerhalb der EU. Weit über 8000 Rinder sogenannter Hochleistungsmilchrassen wurden im Jahr 2022 von Deutschland aus in Drittländer exportiert. Angeblich soll Zuchtpopulation in diesen Ländern aufgebaut werden. Hauptexporteur ist Aurich und der Verein und frisischer Stammtierzüchter. Niedersachsen hat im Jahr 2022 87% der exportierten Rinder ausgemacht. Niedersachsen und Aurich sind die Drehscheiben für diese grausamen Tiertransporte. Die Zuchtpopulationen werden in diesen Ländern nicht aufgebaut. Es handelt sich hier um einen Etikettenschlüssel. Warum ist das so? Diese Rinder sind das erste Mal in ihrem Leben schwanger. Und in diesem Zustand werden sie auf doppelstöckige LKWs getrieben und müssen dort tagelang in großer Enge stehen. Sie stehen dort so eng, dass sie mit ihren Hüftknochen an die Decken der Transporter stoßen. Im Sommer ist es extrem stickig und heiß. Auf dem Weg nach Osteuropa werden Tiere oftmals nicht einmal nach 29 Stunden Fahrt ausgeladen, wie es eigentlich vorgeschrieben ist, um sich zu erholen, bevor die Fahrt weitergeht. Auf dem Weg dorthin wird es im Winter witterkalt bis zu minus 30 Grad. Es versteht sich vom selben Übertränken, wie auf den LKWs einfliegen. Wenn es nach Nordafrika geht, so wie das hier in Aurich vornehmlich der Fall ist, nach Marokko und Ägypten, dann werden die Tiere zu Häfen gebracht und auf Schiffe umgeladen. Über extrem steile Rampen geht es in den Bauch eines absolut schrottreiften Schiffs dran, das früher Autos transportiert hat. Viele Tiere rutschen auf den Rampen aus und werden dennoch auf diese Schiffe geprügelt. Auf den Schiffen selbst kann nicht ausgewickelt werden. Die Tiere stehen also tage- bis wochenlang in ihren Exkrementen. Im Brittenland angekommen, werden sie auf vollkommen ungeeignete Transportkürzchen getrieben. Sie finden sich in Ländern wie Ägypten, Algerien, Marokko wieder, in denen die klimatischen Verhältnisse für diese Tiere katastrophal sind. Es wird in diesen Ländern im Sommer weit über 40 Grad feilt. Unter diesen Bedingungen müssen die Tiere ihr Kalt zur Welt bringen. Sie werden danach gemolken, doch die Milchleistung lässt schnell nach, denn in den heißen Ländern herrscht extremer Wassermangel. Eine laktierende Rollstattrisienkuh, wie sie hier in Aurich gezüchtet werden und dorthin exportiert werden, benötigt an heißen Tagen bis zu 200 Liter Wasser. Diese Wassermengen sind in den Zieländern einfach nicht vorhanden. Die brutale Hitze macht den Tieren schwer zu schaffen. Auch die Versorgung mit Rauch runter ist ein riesiges Problem, denn wo wenig Wasser ist, da wächst auch kein Gras, um Rauch runterzumachen. Früher oder später werden diese Tiere und ihre Kälber auf Viehmärkten verkauft und letztlich unter vollkommen inazentativen Bedingungen gestartet. Ohne jegliche Betäubung. Um ein ausgewachsenes Rind niederzuzwingen, wird grobe Gewalt angewendet. Man sticht den Tieren die Augen aus, man schneidet ihre Beinsehnen durch. Man schneidet ihnen bei vollem Bewusstsein die Kehle durch. Der Todeskampf dieser Tiere dauert bis zu 30 Minuten. Wir sind heute hier, um auch darauf aufmerksam zu machen, dass pro Jahr mehrere 10.000 Schweine von Deutschland aus in Drittländer wie Serbien und Bosnien exportiert werden. Außerdem werden pro Jahr ungefähr 225 Millionen Geflügeltiere, meistens gerade erst mal ein Tage alte Küken, in Drittländer verfrachtet. Dies geschieht meist per Flugzeug. Kommt es am Flughafen zu Verspätungen, sterben meist alle Tiere in den Transportnisten. Wir sind heute hier, weil diesen Tieren unendliches Leib geschieht. Tausende Tiere sterben auf diesen Transporten. An Überhitzung, sie verdursten, sie ersticken. Sie liegen in ihren eigenen Exkrementen. Sie sterben äußerst qualvoll. Wir sind geschockt über die Gleichgültigkeit, mit der diese Tierquälerei seit Jahrzehnten bis heute geduldet wird. Wir sind mit nichts zu rechtfertigen und nichts zu entschuldigen. Diese Tierexporte sind Unrecht und müssen endlich aufhören. Wir sind der Meinung, dass diese europäischen Tierexporte eine Schande sind. Die Schande Europas. Wir haben es satt, dass die Verantwortung für dieses millionenfache Tierleid hin und her geschoben wird. Jedes Mitgliedsland der EU muss handeln. Deutschland ist ein Big Player auf EU-Ebene. Es gibt keinerlei Tierschutzkontrollen ab Verlassen der EU. Die Tiere werden alleingelassen, aus den Augen, aus dem Sinn. Allein das muss Grund genug sein, zu erkennen, dass jeder abgefertigte Tiertransport in Drittländer im Grunde illegal ist und sofort verboten gehört. Im Jahr 2021 waren zum Beispiel 2600 Jungbullen über drei Monate auf Schiffen im Mittelmeer gefangen, weil die Zielländer die Tiere nicht anlanden lassen wollten. Eine Rückführung in die EU ist rechtlich nicht möglich. Viele dieser Tiere starben äußerst qualvoll auf dem Schiff und wurden teilweise über Bord geworfen. Alle anderen Tiere wurden im Hafen von Spanien in Cartagena notgetötet und entsorgt. Aurich exportiert Rinder nach Ägypten. Auch diese Transporte gehen per Schiff über das Mittelmeer. Die Behörden in Aurich sollten sich die Gewissensfrage stellen. Jeder Amtsveterinär oder jede Amtsveterinärin, der oder die einen solchen Transport genehmigt, macht sich mitschuldig. Wir appellieren an die Verantwortlichen, diesem Leiden jetzt ein Ende zu setzen. Liebe Frau Staute, lieber Herr Özdemir, Sie haben uns versprochen, sich für Verbesserungen bzw. für die Abschaffung der Transporte einzusetzen. Wir erwarten, dass Sie das jetzt tun. Geezo, bitte! Ja, wir sind heute hier, weil wir das Leid der Tiere nicht mehr ertragen können. Das Leid, von dem wir gerade Tiere gehört haben und in allen grausigen Details. Seit Jahrzehnten sind diese grausamen Zustände auf den langen Drittland-Exporten bekannt. Seit Jahrzehnten klären Journalistinnen und Journalistinnen und Journalistinnen wie Manfred Karremann über diese grausamen Zustände auf. Wer die Bilder einmal gesehen hat, kann sie nie wieder vergessen. Und seit Jahrzehnten ignorieren Politiker und Politikerinnen das Problem. Doch wir hoffen jetzt auf eine neue Zeit. Viele Bundesländer haben in den letzten Jahren durch den öffentlichen Druck die Drittland-Exporte ausgesetzt. Niederländsachsen ist eine traurige Ausnahme und trauriges Schlusslicht in der Reihe der Bundesländer. Und fertigt nach wie vor die Transporte ab, die in hohe Risikostaaten gehen, wo die Tiere ein grausames Schicksal nach einer sehr langen Reise erwarten. Aber in Niedersachsen haben wir jetzt eine grüne Landwirtschaftsministerin, Miriam Staute. Und wir setzen große Hoffnungen in sie. Die Grünen haben lange Zeit an unserer Seite gestanden, bei der Forderung, diese Transporte zu beenden. Und wir hoffen, dass sie jetzt das auch umsetzen und auch in Niedersachsen endlich Änderungen anstehen. Und wir haben einen grünen Landwirtschaftsminister auf Bundesebene, Cem Özdemir, der jetzt schon alle Mittel in der Hand hat, um die grausamen Drittland-Exporte zu verbieten. Ja, er soll was machen. Er soll jetzt die Chance nutzen und, wo er im Amt ist, die grausamen Drittland-Exporte verbieten, auf nationaler Ebene, für alle Bundesländer mit einer gleichen Regelung. Es gibt mehrere Rechtsgutachten, die belegen, dass ein solches nationales Verbot jetzt schon möglich und sofort umsetzbar wäre. Außerdem wird dieses Jahr das deutsche Tierschutzgesetz überarbeitet. Auch das wäre eine Chance, endlich Regelungen in das neue Tierschutzgesetz zu bringen, um diese Tiertransporte zu beenden in die Drittstaaten. Auch das ist eine historische Chance, die man nutzen könnte. Und im Moment gibt es auch die historische Chance, dass das EU-Tierschutzgesetz in der Revision ist und überarbeitet wird. Das ist seit den 90er Jahren nicht passiert. Seit den 90er Jahren ist dieses Gesetz bestehen geblieben. Und die Änderungen, die jetzt anstehen, werden wieder für Jahrzehnte das Schicksal aller Tiere in der EU bestimmen. Und in dieses Gesetz müssen die Drittland-Exporte mit rein. Es muss verboten werden, dass die Tiere in hohe Risikostaaten transportiert werden, und zwar für die gesamte EU. Aber damit wir diese Regelung auf EU-Ebene bekommen, braucht es starke Vorreiterländer. Es braucht Big Player wie Deutschland und Cem Özdemir, die vorangehen und zeigen, dass es möglich und machbar ist. Ohne Beispiele, ohne Länder, die vorangehen, wird es auf EU-Ebene dieses Verbot nicht geben. Und deswegen fordern wir auf lokaler Ebene von Miriam Staute, auf nationaler Ebene von Cem Özdemir, und auch auf EU-Ebene setzt euch ein für ein Verbot dieser Drittland-Exporte. Cem Özdemir muss seine Möglichkeiten nutzen. Es gibt nichts, was dagegen spricht. Und es gibt keine Gründe, die ihn davon abhalten können. Und es gibt keine Gründe, die ihn davon abhalten können. Sieh jetzt hier an, sieh, das ist unsere heile Welt. Das ist, was passiert auf unserer Erde, auch wenn's keinem gefällt. Auf sich allein gestellt, leben sie in dieser Welt, in der der Mensch das sogenannte Vieh bestellt. Wir töten sie für Geld, weil hier nicht mehr Liebe zählt. Und als Dank für ihre Treue werden sie gequält. Schau nicht weg, schau hin, egal wie sehr es schmerzt. Denn das hier ist unsere Erde, das hier ist unser Werk. Wir machen's uns so schwer, wir reden von unserem Herz. Wir reden von Liebe und Frieden, doch machen's grundverkehrt. Wie kann es sein, dass wir von Tagen reden, die wir hassen, deren Tiere diese unbeschwerten Tage niemals hatten. Es ist echt kaum zu fassen, doch das ist nun mal der Fakt. Jedes Bild, das du hier siehst, ist die Folge unserer Macht. Schau nicht weg, denn egal wohin du gehst, das ist unsere Erde, die Erde, auf der du lebst. Schau nicht weg, denn egal wohin du gehst, das ist unsere Erde, die Erde, auf der du lebst. Schau nicht weg, kannst du sehen, wie sie leiden, seh in ihre Augen, seh die Zeichen. Schau nicht weg, kannst du sehen, was wir treiben, siehst du ihre Tränen, die sie weinen. Schau nicht weg, kannst du sehen, was ich meine, siehst du ihre Zukunft, die sie teilen. Schau nicht weg, nutze dein Verstand, du kannst dich verändern, es liegt in deiner Hand. Wir haben Essen, haben Trinken, haben die Welt umlaufen und haben sogar die Macht, ein Leben für Geld zu kaufen. Wie kann es sein, dass wir Menschen nur von Friede reden? Während wir den Tieren diese nehmen, kannst du die Tiere sehen, schau, was wir mit ihnen machen. Wie siehst du den kleinen Hund, was siehst du in diesem Affen? Wir sind nur fiese Waffen, die Monster auf dieser Erde. Wir nehmen uns, was wir wollen, uns ist egal, wie sie sterben. Es scheint schon ganz normal, Tiere zu essen, sie zu ermorden und sie dann in Papiere zu stecken. Wir massakrieren und verletzen jedes Tier, das wir essen, weil wir mit jeder Scheibe Wurst ein neues Leben vergessen. Wir sind im Denken die Besten, doch zu kalt, um zu verstehen, dass wir mit jedem Tod im Kalb ein ganzes Leben an uns nehmen. Also, schau nicht weg, denn egal wohin du gehst, das ist unsere Erde, die Erde, auf der du lebst. Schau nicht weg, denn egal wohin du gehst, das ist unsere Erde, die Erde, auf der du lebst. Schau nicht weg. Schau nicht weg, kannst du sehen, wie sie leiden.